Gott hat nicht die Macht, dich zu verurteilen. Das kann er gar nicht. Wie soll er denn das tun können? Genauso wenig hat die Sonne die Macht, dir die Wärme vorzuenthalten, die sie mir gibt. Wie soll das funktionieren? Und dennoch wachsen wir, oder zumindest ich, bin in dem Glauben aufgewachsen, dass Gottes Strafe nicht mehr weit entfernt ist. Und die muss furchtbar sein. Ich habe mir als kleines Kind sehr oft eingebildet, dass ich in die Hölle kommen muss. Die katholische Kirche hat diesbezüglich einiges dafür getan, um mich in dieses Verständnis zu bringen. Und meine Familie und mein Umfeld auch. Weil sie diesem seltsamen Glauben nachgerannt sind. Weil tatsächlich die Idee vorgeherrscht hat, dass irgendwo eine Strafe folgen wird. Und ich mich natürlich schuldig fühlen muss, weil ich als Kind 50 oder 20 Pfennig geklaut habe, um ein paar Gummibärchen zu kaufen oder ein Eis. Oder weil ich natürlich als kleines Kind gelogen habe und mir irgendwelche Vorteile erhofft habe. Und natürlich habe ich mich schuldig gefühlt, weil ich in der Schule nicht so der Held war, wie es hätte sein sollen und ich lieber Witze gemacht habe oder ähnliche Dinge. Und so werden wir auf eine Art und Weise programmiert, dass wir, und auch wenn du Atheist bist, dass irgendwo eine Strafe folgen wird. Und die Strafe Gottes kann niemals folgen. Wir bestrafen uns immer nur selbst, auch der Atheist. Gott vergibt nicht, weil er nie verurteilt hat. Und wenn du das, wenn du nur das verstanden hast, hast du den Kurs im Wundern völlig verstanden und du wirst ohne weiteres die Strahlen Gottes empfangen. Ohne weiteres wirst du dein Herz in die Strahlen Gottes öffnen können. Gott vergibt nicht, weil er nie verurteilt hat. Und es muss eine Verurteilung geben, bevor Vergebung nötig wird. Vergebung ist, was diese Welt dringend braucht. Aber nur deswegen, weil es eine Welt der Illusion ist. Ja, und solange wir an Schuld glauben, diese aber nicht in uns fühlen wollen, müssen wir sie nach außen projizieren. Meine Eltern sind schuld, weil... Und so weiter. Nur in der Illusion ist Vergebung nötig. Im Himmelreich, Gottes, braucht es keine Vergebung. Weil, wie gesagt, Gott nicht die Macht hat, dich zu verurteilen. Er ist nicht dazu in der Lage. Und als ich das verstanden hatte, da konnte ich mal echt tief durchatmen. Und ich habe einfach gesehen, hey, mein Gott, wie kann man nur so blind sein vor der Liebe? Wie kann man sich einfach nur so täuschen lassen? Und diese Urschuld, diese Idee der Schuld steckt so tief in unserem Geist, in unseren Zellen, in unserem ganzen Sein, dass wir uns es überhaupt nicht vorstellen können. Letztendlich handeln wir alle aus der Schuld heraus. Wir wollen irgendwo anders hinkommen, weil wir uns schuldig fühlen. Selbst an Orten, die uns wunderbar gefallen, die uns richtig gut tun, egal wo wir uns gerade aufhalten, es ist... Wir finden überall etwas, damit wir Schuld aufrechterhalten können. Und wenn es der abgefahrene Streit ist, den wir vielleicht mit einem, ja, mit unseren Beziehungen wieder mal führen. Weil wir uns unverstanden fühlen. Wer sich unverstanden fühlt, projiziert Schuld. Weil wir uns verletzt fühlen. Wer sich verletzt fühlt, projiziert Schuld. Weil wir uns als Opfer fühlen. Wer sich als Opfer fühlt, projiziert Schuld. Unbewusste Schuld. Unbewusst bedeutet, wir sind uns diesem Mechanismus nicht bewusst. Und immer wieder betont der Koss, dass Gott kein Gott der Rache ist. Dass Gott nicht wütend auf uns sein kann. Und dass es keine Bestrafung gibt. Sein Herz, sein Herz ist ewig für uns offen. Diejenigen, die vergeben, befreien sich dadurch von Illusionen, während diejenigen, die Vergebung vorenthalten, sich an Illusionen binden. Genau wie du nur dich selbst verurteilst, vergibst du auch nur dir selbst. Und hier ist ja die Antwort. Ja, ich muss erst mal mir selbst vergeben, dann kann ich der Welt vergeben. Du vergibst immer nur dir selbst. Dann gibt es so Schlaumeier, die dann Vergebung mit Selbstliebe assoziieren. Ja, jetzt muss ich mich erst mal selbst lieben. Hier wird uns, und dann kann ich Liebe geben. Hier wird uns einfach ganz schlicht und einfach, du brauchst dir diesbezüglich keine Bücher mehr kaufen, was Selbstliebe betrifft. Immer wenn du Vergebung praktizierst, praktizierst du Vergebung dir selbst gegenüber und fällst somit in die Selbstliebe. Das kannst du dann gar nicht mehr verhindern. Jedes Mal, wenn eine Blockade gelöst wird durch Vergebung, erfährst du mehr Selbstliebe. Brauchst du dazu ein ganzes Buch? Das ist in wenigen Worten erklärt. In wenigen Worten wird dir erklärt, wie du in die Liebe fällst, wie du dich den Strahlen Gottes öffnest durch Selbstvergebung, die dir heute angeboten wird. Und deshalb ist das, was uns heute angeboten wird, immens wichtig. Es ist der Schlüssel, zum Himmelreich. Und natürlich, wie du inzwischen schon weißt oder ahnst, der ganze Kurs in Wundern ist aufgebaut auf der Praxis der Vergebung. Und jede Lektion, die wir hier gemeinsam studieren, im Selbststudium, ist die Praxis der Vergebung. Es ist ein Selbststudium. und nicht ein Studium, in dem du zu deinem Partner gehst und sagst, du, du bist jetzt gerade im Ego, du solltest dir jetzt mal vergeben, damit es mir besser geht. Oder du solltest mir vergeben, damit es mir und dir besser geht. Die Welt findet in deinem Geist statt. Es ist deine Welt. Dein Partner, der führt nur das aus, was du unbewusst in dir trägst. Nichts in dieser Welt kann geschehen, dem du nicht zugestimmt hast. Oha! Hast du das gehört? Also, ist alles, was dir widerfährt, alles, was du wahrnimmst, die Einladung, Vergebung zu praktizieren und nicht mehr beim Partner zu schauen, was er gemacht hat oder nicht gemacht hat. Oder was er natürlich aus deiner allwissenden Position heraus, was er deiner Meinung nach besser machen sollte oder unterlassen sollte, damit es der Beziehung endlich besser geht. Hier kommt die Einladung von Jesus an dich. Praktiziere Selbstvergebung. Gib wirklich alles, alles, alles dem ewigen Heiligen in dir. Nörgle nicht mehr an der Welt oder an deinem Partner herum. Der kann nichts dafür, dass du so bist und die Welt kann auch nichts dafür, dass du so bist. Doch obwohl Gott nicht vergibt, ist seine Liebe dennoch die Grundlage der Vergebung. Angst verurteilt und Liebe vergibt. Und so können wir Gottes Liebe hier in dieser Illusion nutzen, um Vergebung, Heilung, Ganzheit, Vollkommenheit und unsere Würde wieder erfahren. Wir brauchen wir jeder, der versucht wirklich beim Anderen sehen zu wollen, was er noch zu tun hat, ist im Ego. Weil er das Ego analysiert. Ja, der ist so und so, der ist super blöd, der checkt's nie, ich praktiziere ja den Kurs in Wundern und der nicht oder die kann das nicht, weil du analysierst immer das Ego und somit bist du im Ego. Und das ist keine Vergebung. Gott ist die Liebe, in der ich dieser Situation vergebe. In der ich dir vergebe. Das ist die Antwort auf alles. Es ist nicht, es kommt nicht darauf an, was du in der Welt erfährst, sondern welche Antwort du gibst. Das ist das alles Entscheidende. Welche Antwort gibst du der Welt? Die Antwort der Vergebung durch die Liebe Gottes oder deine Ausreden. Ja, aber ich kann nicht anders, weil, aber ich muss dies tun, weil, und hier muss ich mich noch absichern, weil, und das kann ich erst tun, wenn, und ich kann das nicht tun, weil, und immer sind es die anderen, stimmt's? Und deshalb wiederhole ich nochmals diesen entscheidenden Satz. Nichts kommt in die Welt, dem du nicht zugestimmt hast. Alles, was du wahrnimmst, dem hast du zugestimmt. die Welt ist schon vorbei. Du schaust sie einfach nur nochmal an. Und sie ist schon geheilt. Der Welt, die du siehst, der ist schon vergeben. Ich bringe noch ein anderes Wort herein. Du folgst einfach nur noch deinem Drehbuch. Entweder folgst du dem Drehbuch der Angst oder dem Drehbuch der Liebe. Das ist alles. Und wer dem Drehbuch der Liebe folgt, der praktiziert Vergebung. Selbstvergebung. Vergebung hebt auf diese Weise auf, was die Angst hervorgebracht hat, indem sie den Geist zum Gewahrsein Gottes zurückführt. Deshalb kann man Vergebung wahrhaft Erlösung nennen. Sie ist das Mittel, durch das Illusionen verschwinden. Die Illusionen werden verschwinden. Einfach verschwinden. und ich kann es immer nur wiederholen. Ich mache diese Erfahrung. Ich habe Jahrzehnte an Dingen gelitten, die heute einfach verschwunden sind. Sie sind nicht mehr verfügbar. Sie sind völlig weg aus meinem Denken, aus meiner Welt. Und ich weiß, die werden nie mehr wiederkommen. Im Gegensatz zu früher, wenn ich persönlich eine Situation gelöst habe, war dennoch immer wieder so im Hintergrund, hoffentlich kommt das nicht wieder. Heute ist eine absolute Gewissheit da, dass diese Situation in meinem Leben nicht mehr auftauchen kann. Einfach weil es vergeben ist. Es wird verschwinden. Ohne weiteres. Die Schuld, die wir in anderen sehen, ist unsere eigene Reflexion auf uns. Und wenn wir andere von unserer Verurteilung befreien, werden wir befreit. Wie du nur selbst verurteilst, kannst du dir auch nur selbst vergeben. Und das bedeutet, wie wir die Welt von unseren Verurteilungen befreien, werden wir befreit. Das heißt, wenn du dich jetzt in einem unglücklichen Zustand befindest, das ist übrigens einfach nur ein Denkfehler, dann hast du dich selbst verurteilt, indem du andere für schuldig befindest, für irgendeine Situation, die du erfährst. Und wie spätere Lektionen deutlich machen werden, besteht unser einziger Zweck in dieser Welt darin, ihr Vergebung zu bringen und sie von der Last der Schuld zu befreien, die wir ihr auferlegt haben. Du bist hierher gekommen, du bist hier inkarniert, nur zu diesem einen Sinn und Zweck, um Vergebung, das heißt Licht, das heißt die Freude Gottes hereinzubringen und die Welt von der Schuld und der Last, die du ihr auferlegt hast, zu befreien. Und das, und nur das, wirklich nur das, wird uns in den Geist Gottes zurückführen. Und wir finden Gott, indem wir die Menschen um uns herum befreien, unser Urteil von ihnen aufheben und sie zusammen mit uns als würdige Schöpfer Gottes, als würdige Schöpfungen Gottes anerkennen. Ist das nicht eine wunderbare Aufgabe? Jetzt weißt du, warum du hierher gekommen bist, um die Vergebung hereinzubringen, um die Vergebung hereinzubringen, die du auf andere geworfen hast. Und jetzt übertrage die Praxis der Vergebung. Jede Vergebung, die du praktizierst, wird der andere erfahren. Du löst die Ketten der Welt. Dies sollte heute ein freudiger Tag sein. Dies sollte heutiger ein freudiger Anlass sein, um dich wieder in Gott zu erfahren. Um die Freude und die Liebe Gottes in deinem Herzen wieder zu finden. Die Praxis der Vergebung ist so großartig, dass sie dir alles gibt, was du jemals willst. Du willst in Wirklichkeit willst du nichts anderes wie Vergebung praktizieren. Aber der Verführer, der Täuscher in dir, der möchte natürlich, dass du weiterhin glaubst, dass die Welt unabhängig von dir existiert und du einigermaßen überleben kannst. Wer überlebt, hat Angst. Wer liebt, ist frei. Die heutigen Übungen erfordern mindestens drei volle fünfminütigen Übungszeiten und so viele kürzere wie möglich. Beginne die längeren Übungszeiten damit, dass du dir wie gewöhnlich den heutigen Gedanken wiederholst. Schließe dabei deine Augen und verbringe eine oder zwei Minuten damit, deinem Geist nach jenen zu erforschen, denen du nicht vergeben hast. Es spielt keine Rolle, wie viel du ihnen vergeben hast. Du hast ihnen ganz oder gar nicht vergeben. Wenn du die Übung heute richtig durchführst, sollte es dir keine Schwierigkeiten bereiten, eine Reihe von Menschen zu finden, denen du nicht vergeben hast. Du kannst davon ausgehen, dass jeder, den du nicht magst, sich dafür eignet. Nenne jeden beim Namen und sage, Gott ist die Liebe, in der ich dir Name vergebe. Schließe vielleicht mal kurz deine Augen. Irgendjemand fällt dir ein, vielleicht stehen sie jetzt schon Schlange. und nenne einen beim Sprich mir einfach folgende Worte nach, während du an diese eine Person denkst, mit der du im Kroll bist oder Auseinandersetzungen hast. Denke an die Person und sage das Folgende, vielleicht einfach auch, sodass du es selber hörst. Gott ist die Liebe, in der ich dir vergebe. Und so gehst du vor und schon kommt vielleicht eine Erleichterung durch dich hindurch und vielleicht kannst du jetzt schon tiefer durchatmen, dein Herz öffnen, deinen Geist öffnen. Hey, Gott ist die Liebe, in der ich dir Name vergebe. Was für eine Befreiung. Und so befreien wir die ganze Welt. Und so sind heute diese drei bis fünf minütige Übungszeiten Gold wert. Du näherst dich dem Altar Gottes auf diese Art und Weise. Der Zweck des ersten Teils der heutigen Übungen besteht darin, dich so weit zu bringen, dass du dir selbst vergibst. Sage, nachdem du den Leitgedanken auf all jene angewendet hast, die für deinem geistigen Auge erscheinen, Gott ist die Liebe, in der ich mir selbst vergebe. Verbringe dann die verbleibende Übungszeit damit, ähnliche Gedanken hinzuzufügen, wie etwa Gott ist die Liebe, mit der ich mich selbst liebe, Gott ist die Liebe, in der ich gesegnet bin. Die Anwendungsform kann beträchtlich variieren, der zentrale Leitgedanke sollte jedoch nicht aus den Augen verloren werden. So könntest du beispielsweise sagen, ich kann nicht schuldig sein, weil ich ein Sohn Gottes bin. Mir ist bereits vergeben worden. In einem von Gott geliebten Geist ist Angst nicht möglich und vieles mehr. Die Übungszeit sollte jedoch mit einer Wiederholung des heutigen Leitgedankens abschließen, wie er am Anfang angegeben wurde. Und ich lade dich ein, diese Übungszeit so gut wie möglich auf diese Art und Weise einzuhalten. Den ersten Abschnitt suchst du dir Namen aus, in denen du durch die Liebe Gottes vergibst. Und die zweite Übungsabschnitt suchst du dir dem Leitgedanken ähnlich, lässt du Gedanken hochkommen, die dem Leitgedanken folgen, angelehnt sind. So wird deine Kreativität gefördert und so wird in deinem auf diese Art und Weise verstärkt sich die Lektion in deinem Geist. Die kürzeren Übungszeiten können aus einer Wiederholung des heutigen Leitgedankens entweder in seiner unpersönlichen oder in einer verwandten Form bestehen, je nachdem, was dir lieber ist. Achte jedoch darauf, den Gedanken konkreter anzuwenden, wenn das nötig wird. Das wird jederzeit tagsüber nötig sein, sobald du dir in irgendeiner negativen Reaktion irgendjemandem gegenüber bewusst wirst. Sei er nun anwesend oder nicht, in diesem Fall sage ihm still, Gott ist die Liebe, in der ich dir vergebe. Und warum sollten sollten wir heute diese Worte nicht tausendmal denken und sprechen? Ja, ich meine es wörtlich. Erfülle heute deinen Geist mit diesen Worten. Gott ist die Liebe, in der ich dir vergebe. Und du wirst heute wieder genügend Möglichkeiten haben, diese Worte zu sprechen. Die Welt wird dir wieder genügend Chancen geben, diese Lektion zu lernen. Nutze die Gelegenheiten als freudiger Schüler Gottes. Danke für dein Lauschen und danke für dein Hiersein und danke für dein Verständnis dessen, was du jetzt zu tun hast. Selbstvergebung für dein Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!